plopp hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde shortcut eine runde heute mal mit dem meg axe und wir spielen wie man es sieht eine runde mit wie immer addons und zwar sehen meine zombies immer noch aus wie teletubbies das hat man mich auch zum ersten mal den shortcuts das handel habe ich mal immer ausgeblendet weil da war ich ähnlich viel ja wie gesagt teletubbies sind die zombies oder andersrum meine pipe bombs sind von dem my little ponies von twilight der granatwerfer ist eigentlich von pinkie pie ist noch nicht na gut okay dann möchte ich mal sagen ab nach oben war dann mal los da kommen sie ich weiß jetzt schon hier oben und wir sind sehen ja du hast die sich dann nehmen ja ich weiß nicht ob du meine folge gesehen hast davon jetzt ja ich habe die geräusche von ich habe die geräusche von den teletubbies aber sie sehen nicht so aus das ist echt verwirrend das ist aber es ist aber jetzt ungünstig kommen wir mal hinterher hier unter hauer wir müssen hier lang und dann hinten wieder hoch ach so ja wieder hoch na da war es na komm schon na 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 irgendwie läuft das heute so war na es läuft heute nicht so gut warum hat dich einer lass die beiden einfach kommen wir hoch fach ähm ja ich fliege maximale fährseinbrüche jetzt auch hier nein ich gehe weg du bist gut dann bist du gestorben ich habe zu leichter fb ich weiß nicht wieso ich hatte eben das problem vor der aufnahme das war ich mal sagen Ja Dann lassen wir ihn noch mal untersterben Naja, dreieinhalb Minuten Gut Dann bis zur nächsten Folge, ciao